So Freunde, und da sind wir auch schon wieder bei einer weiteren Folge Let's Play Alien Isolation im Albtraum-Modus Wir sind hier gerade mit einem netten Anruin, ein wenig an Bienen Das Alien treibt sich da auch gerade irgendwo im Lüftungsschacht rum Ja, das ist aber hier gerade wieder in dem Boden voll Und wir sollen ja momentan Ähm, die Das Evakuierungsverfahren einleiten Das machen wir jetzt eben mal ganz schnell Ich hoffe, dass der Android das jetzt nicht sieht Sonst sind wir nämlich hier, glaube ich, ein bisschen am Arsch So, einmal den hier, einmal den hier Und einmal den hier Müsst jetzt eigentlich funktioniert haben Hat er nicht gesehen, ne? Doch, hat er Hat er gesehen, hat er gesehen, scheiße Ähm Oh, scheiße, nein, ich bin gerannt Ich bin gerannt Ich hoffe, dass jetzt Dingens nicht um die Ecke geschissen kommt Lass mich Ich darf hier sein, ich hab Asyl Geh So, immer schon auf die Sabber aufpassen Alter, ist das gerade laut, ey Alter Hier ist zu, Mist Oh Ich glaube, wir müssen hier ein bisschen auf die Sabber achten Oha Scheiße, ist der Android noch hinter uns? Ich hoffe nicht Ist der gut, mein Junge Ist der gut Ich will da nicht unbedingt unter durchlaufen Scheiße Wo müssen wir überhaupt hin? Ich muss jetzt immer schön an die Decke gucken Da sabbert er nämlich überall Wenn wir dann darunter durchlaufen Dann sind wir nämlich am Arsch Fuck it Fuck it Fuck it Fuck it, Alter Scheiße Hier irgendwo ein Lüftungsschacht an der Decke Hier ist einer Nee Nicht jetzt Nicht jetzt Bitte nicht jetzt Wo bist du? Wo bist du, Dreckigen? Der hinten dackelt da wieder rum Hier, guck mal Da ist er Hau ab, du Dreckiger Hau ab, hau ab, hau ab Geh Oh Nö, nö Hier ist niemand Alter Oh Oh man Hau doch ab, du Arsch Hau doch einfach ab, bitte Okay, ja geht Und hier kommen wir jetzt endlich durch Okay, los geht's Komm, komm, komm Durch da Durch da Durch da Dreckiger 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 Alter, ist das Spiel laut Ja, Freunde, was ein Auftakt in diese neue Folge hier Was war das denn? Hier ist irgendwas gerade dermaßen in die Luft geflogen Ich habe keine Ahnung Und ich glaube, wir sind gerade auch ein bisschen angeschlagen Deswegen, ich habe hier noch ein Mediket Das haue ich mir mal ganz kurz rein Alter Der hat leider keinen Loot dabei Alles ist hier am Brennen Das Alien, ich weiß jetzt nicht, was genau mit dem Alien passiert ist Auf jeden Fall hat es, denke ich mal, auch ordentlich was abbekommen Aber ich glaube, wir sind alleine, ne? Huch, ich kann ja gar nicht mehr Ich kann den Bewegungsmelder gar nicht mehr richtig sehen Der ist so unscharf gerade Hier liegt noch ein Snickers Alter Oh Mann, oh Mann, oh Mann, Alter Das Spiel, das macht mich so fertig So Wo müssen wir denn jetzt überhaupt hin? Kann ich hier irgendwas machen? Hier können wir nochmal looten Taschenlampenbatterien Ja, die habe ich ja noch in Unmengen Aber da können wir trotzdem mal eben ganz kurz Die angefangene Batterie eigentlich Kann ich die nicht austauschen? Jetzt So Einmal die angefangene Batterie ausgetauscht Hier ist nichts drinne Ja, aber ansonsten ist ja auch nicht sehr viel zu finden Wo müssen wir hin? Wo müssen wir hin? Ist die Frage Und ich frage mich gerade Echt, was ist denn hier in die Luft geflogen? Das ist ein fucking Infostand oder sowas Was soll denn hier hochfliegen? Oder war das Ganze vielleicht eine gezielte Falle für das Alien? Das kann ja natürlich auch sein Ach, guck mal hier, ein Medikit Warum, warum leuchtet die Hä? Warum leuchtet denn hier die Leiter? Achso, wir können hier hochklettern Achso, alles klar Gut, einmal hoch da Komm Komm Amanda, hoch da Zieh dich hoch Sammle deine letzten Kräfte Wird anscheinend jetzt so ein kleiner Kletterpapur, wie es aussieht Na komm, auch da Zieh dich hoch Und weiter geht's Oh Okay, das ist schon ein bisschen hoch Da würde ich glaube ich nicht unterfallen So und jetzt? Darüber springen Du bist doch lebensmüde Oh Okay, das hätten wir Oh, Alter Oh, oh, oh Zieh dich hoch, Amanda Komm, zieh dich hoch Du schaffst das Klapp an dich Ich drück dir die Daumen So und rein in den Lüftungsschacht Alter Was ein Auftakt in die Folge Was ein Auftakt in diese Folge Und alles brennt hier Ich hab ja gerade ein bisschen Bedenken wegen unserer HP-Anzeige Weil die wird uns ja nicht angezeigt im Albtraummodus Und ich weiß jetzt nicht, ob wir jetzt angeschlagen sind Oder ob es uns einigermaßen gut geht Das ist jetzt natürlich die Frage Aber wir gehen einfach erstmal weiter Ich muss mal kurz gucken Ja, ich nehm auf Muss ich hier mal zwischendurch ja mal kurz gucken Nicht, dass im Endeffekt hier irgendwie sich herausstellt Dass ich dann Irgendwas nicht aufgenommen hab Was mir im Übrigen schon mal des Öfteren passiert ist So, einmal die Leiter runter Hier ist es wieder ein bisschen ruhiger So, ich glaub wir sind immer noch im Lüftungsschacht Ja Oh, was ist das denn hier? Ein Ladungspack Sammeln wir mal ein Wo kommen wir hier raus? Ein Fahrstuhl Einmal die Taschenlampe an Wir sind hier Das sieht mir immer noch sehr nach Krankenstation aus Wir müssen jetzt sicherlich mit dem Fahrstuhl fahren Ich schau hier trotzdem nochmal ganz kurz Ob hier irgendwas ist Gut Ab in den Fahrstuhl Wo geht's denn hin? Zu Sixthons Synthetics 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 Keine Ahnung wie man das genau ausspricht So, ich kann ja mein Spiel jetzt wieder ein bisschen lauter stellen Ich hab hier grad eben richtig Ich hab mir im Boden grad eben richtig die Ohren weggeknallt Als das alles in die Luft geflogen ist Weil ich das schön laut gestellt hatte Weil ich mich auch mal richtig erschrecken möchte So, sich in der Hocke zu bewegen ist leise Jedoch auch langsam Aber sicher Aber sicher Safety first Liebe Freunde, safety first Laufen Sie weg wenn Sie können Ducken Sie sich oft Sorgen Sie für Ablenkung Und bleiben Sie in Deckung Wunderbare Tipps hier unten wieder Die man sich eigentlich auch echt mal zu Herzen nehmen kann So Und hier brennt es auch schon Warum brennt es denn hier auch? Wird heruntergefahren Was wird heruntergefahren? Ich hab's grad nicht gehört So, bringen Sie die medizinische Ausrüstung zu Taylor Die haben wir in der letzten Folge gefunden Die medizinische Ausrüstung Ist echt ein Wunder, dass Ist echt ein Wunder, dass die gute Taylor noch am Leben ist So Ich halte hier in den Lüftungsschlechten Ja immer gerne mal ausschauen Auch Loot Warte mal Ist doch ein bisschen laut mein Spiel gerade Warte mal So Gut Ah, hier noch ein Ladungspack Warum finden wir jetzt plötzlich so viel Loot in den Schächten? Das macht mir gerade ein wenig Angst Was ist das hier? Okay, das sind nur Kabel Das sah von Weitem aus wie eine Leiche, die da liegt Ziemlich dicke Kabel, würde ich einfach mal sagen R02-08-13-5 Unit B Äh, 54 Äh, 540 G Wisst ihr Bescheid, ne? Wisst ihr alle Bescheid? Sexton Synthetics Was ist das denn genau? Das würde mich ja mal interessieren Hört sich so ein bisschen nach Syntheten an Synthetics, Syntheten Weiß ich nicht Ich hab Angst Ich find die Androiden sind nämlich bis jetzt immer noch am schlimmsten Hier ist noch ein bisschen Schrott Oh, guck mal, da könnten wir Ach, ich dachte, da geht's weiter Ist es hier sicher? Nein, wahrscheinlich nicht Ich hör auch schon wieder das Alien Da fehlt ein Teil Das muss ich in Ordnung bringen Das weiß ich auch sofort Und wir speichern mal eben schnell Jo Na super, und ich hör schon Menschen hinter uns Ja Die müssen wir gleich wahrscheinlich wieder umlaufen Weil die hören sich wieder ein bisschen aggressiv an Und wir müssen jetzt hier wohl irgendwas reparieren Ich denke mal auch so einen roten Kanister da finden Den wir dann hier einlegen können Vorher wird der Fahrstuhl, denke ich mal, höchstwahrscheinlich nicht funktionieren Es sei denn, du willst ihn anschieben Per Hand Alter Waren die das gewesen oder war das Alien die? Äh, war das Alien das gewesen? Ich hab grad ein bisschen Schiss, dass die mich hier gleich sehen Wie, wie mach ich das jetzt? Wie kann ich die umlaufen? Ach, ich hab mir die Klappe, du blöder Lüftungsschacht Ey, du gehst mir grad, ey, dermaßen auf den Sender Eine Lampe Guten Tag, der Herr Ja, die haben wir ja schon gehört So, ich setz mich mal eben kurz unauffällig hier hin Und loot den Werten her nochmal Der hat aber wieder nix dabei Das kann doch nicht sein Alle ballern sie wie die Großen rum Aber keine Munition dabei Ja, ja, ja Warum schließen die sich nicht zusammen? Sieht der uns hier hinten? Ich hab keine Ahnung Dass die das auch nicht checken? Ich meine, der Mosk hat gesagt, er hätte es gesehen Manche kommen also davon Wenn wir es sehen, rennen wir einfach Jetzt hab ich vergessen, was ich grad sagen wollte Irgendwas wollte ich gerade sagen Genau, dass sie das auch nicht hören, wenn der den jemand herschleicht Man merkt es aber Das Spiel fährt grad wieder richtig Atmosphäre auf Das lieb ich einfach am meisten an diesem Spiel Diese Stille einfach Diese Stille und du hast eben das geklapp an den Lüftungsschächten Puh, das macht dich auf Dauer echt fertig, ey So Ich hoffe mal, dass es richtig ist, wo ich jetzt hier bin Was tropft denn da? Da hat doch grad irgendwas Gemacht Also, was jetzt? Moment, lass mich nachdenken Was meinst du, was das vorhin für ein Geräusch war? Hat sich wie eine Explosion angehört So viel war mir auch klar, du Genie Aber was hat sie ausgelöst? Ist bestimmt Waits Hab gehört, er will die Kreatur mit Fallen töten Fernsprengladung Kannst du das glauben? Der muss durchgedreht sein Vielleicht ist das die Lösung Ich hab gehört, Waits hat einen sicheren Unterschlupf in der Nähe der Galerie Dann war das tatsächlich eine Falle gewesen Für das Alien, die wir eben halt hineingeraten sind Oh, Alkohol Geil, erstmal hier hinsetzen, ein bisschen besaufen Dann geht's uns direkt auch schon wieder besser Oh, wie viel Loot hier ist Was ist denn los? Das macht mir grad echt ein bisschen Angst Muss ich ganz ehrlich sagen Alter Vor allem, wer verliert das ganze Zeug denn hier drin In den Lüftungsschächten? Hier auch Alter, alles voll Alles voll Das ist ja ein Träuchchen Die Schüsse? Warte mal In der letzten Folge hat Samuels doch gesagt Er hat Schüsse gehört Das waren dann wohl die gewesen, ne? Oh, unsere Taschenlampe ist aus Warte mal Dann haben die hier wohl rumgeschossen Watt? Also Kollege, wenn du schon so weit bist Für eine Zigarette zu töten Dann, ähm, ja Will ich nicht unbedingt mit dir zusammenarbeiten Bin ich hier richtig? Schau mich nicht so an Das hat der Typ sich ja ordentlich verdient So, kommen wir hier wieder raus? Oder bin ich dann da, wo ich wieder reingegangen bin? Ich ne, ich glaub hier sind wir richtig Guten Tag Bin ich da? Also so ein bisschen taug müssen die ja schon sein Dass sie das Ganze nicht hören, ne? So, einmal die Leiter hoch So, sind wir hier erstmal sicher? Ich hab keine Ahnung Ich glaub in diesem Spiel solltest du dich nie sicher fühlen Sehen die uns hier oben eigentlich? Ich riskiere es lieber nicht Ich will es gar nicht erst riskieren Wo müssen wir überhaupt hin? Mir wird hier gerade auch nichts angezeigt Ein Speicherpunkt wäre jetzt echt super Au Ist das ein Androide, ne? Den haben sie anscheinend wohl platt gemacht Hallo? Ich Warum kann ich Ich wollte gerade sagen Ich konnte gerade irgendwie nicht aus der Deckung rausgehen Hat der was dabei? Ne, hat er leider nicht So, hier ist wieder ein Computer Schauen wir mal kurz rauf Sebastolink So, Fehler Ein weiterer Audiolog Den hören wir uns natürlich wieder an Smiles Ich habe mir ihren Bericht über die Whalen-Yutani-Androiden Und ihre Vorschläge zur Verbesserung der Hiwis angesehen Ich weiß ihre Bemühungen sehr zu schätzen Aber sie müssen verstehen, dass wir uns in verschiedenen Welten bewegen Ihre ist voll von Hochrechnungen und Schätzungen Meine verfügt über eine Vorstandsetage und 8000-Dollar-Anzüge Es läuft auf Folgendes hinaus Ich muss mich ums Geld kümmern, mein Freund Ich hab sie angestellt, weil sie am günstigsten waren, nicht am besten Finden sie einen Weg, die Kosten zu senken, okay? Dann zum Ende Tja, Geld, 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 Geld regiert die Welt, würde ich mal sagen Nein, oh, jetzt bin ich Mann, dass ich immer wieder hier rausgehe Ich dachte vorher schon, ich hasse Siegsen Na, ich sehe nichts mehr Eigentlich ja schon echt traurig Wie sich die Menschen eigentlich immer nur vom Geld leiten lassen So, hier ist, glaube ich, nichts mehr Boah, die Skrumpel im Lüftungsschacht, das macht mich gerade richtig nervös Weil das eben halt bedeutet Also noch scheint es nicht aufmerksam auf uns geworden zu sein Aber das bedeutet ja eben halt, äh, dass Pimmelkopf hier jeden Moment rauskommen könnte Oh, da können wir speichern Geil, geil, wir können speichern Oh, was ist das denn? Rauchgranate Einen weiteren Bauplan haben wir gefunden Geil Müssen wir gleich sowieso mal gucken Was wir da so dann bauen können Ich hab bis jetzt ja noch keins von diesen, äh, von diesen Sachen benutzt, muss ich ja ganz ehrlich zugeben Und hier ist noch ein Computer So, wieder Fehler Was ist denn überhaupt jetzt gerade unsere, uh, ne, das wollte ich gar nicht Was ist denn hier überhaupt gerade unsere Mission So, bringen Sie die medizinischen Ausrüstung zu Taylor Okay, ja, das ist toll Und warum laufen wir dafür hier Ach, ja, genau Jetzt wird es mir gerade wieder ein Ich bin auch doof Wir sollen die Medizin, äh, zu Taylor bringen Und der Fahrstuhl ist dann auch kaputt Den müssen wir jetzt erstmal reparieren Müssen wir so einen komischen Zylinder finden So, ich laufe auch mal wieder ein bisschen geduckt Einfach nur aus Sicherheitsgründen Und tschüss Alter, das Vieh, ne Das Vieh, wirklich Alter, Pimmelkopf, ey Ich will looten Alter, ich will looten Da kommt jetzt aber nicht nochmal raus, ne Gibt's hier Gratis-Loot? Oh, wat ne Sauerei hier wieder Hä, warum ist die Warum liegt die Leiche denn da Hä? Ist die nach unten gebackt? Die ist in den Lüftungsschacht reingebackt The fuck? Warum? Warum ist die Leiche durch den Die ist durchs Gitter in den Lüftungsschacht reingebackt Sehr merkwürdig Ja, da hat das Vieh einfach mal ganz spontan hier alle umgelegt Und wo ist die dritte Person? Einer war doch hier irgendwo noch gewesen Irgendwo war doch hier Ach komm, ist jetzt auch erstmal egal Wir suchen jetzt erstmal das Teil Damit wir den Fahrstuhl reparieren können Darum können wir uns auch noch später kümmern Na gut, dann sind die jetzt erstmal aus dem Bild geschafft Das ist doch gar nicht mal so schlecht Also, schlecht für die Gut für uns, ne Und es wird kein Ziel angezeigt Und hier ist schon wieder ein Computer Und, ach nee, das ist kein Ich wollte gerade sagen Ich dachte, das wäre ein Audio-Lock So viel Loot? Warum so viel Loot? Warum? Weshalb? Das muss ja einen Grund haben Das ist ja nicht einfach nur so jetzt irgendwie platziert Ja, jetzt So Hier wieder wunderschöner Text Und ein weiterer Audio-Lock Also ich muss ja ganz ehrlich sagen Einen von diesen Androiden will ich nicht unbedingt haben Weiß ich gar nicht mal warum Keine Ahnung, wie ich darauf komme Aber ich habe mal so Gerüchte gehört Dass sie hin und wieder Fehlfunktionen haben sollen Verschaffen sie sich Zugang zum Warenlager Okay Da steht ein Androide drin, ne Der ist aber gerade deaktiviert Was gut ist Hoffe ich Vorerst Strom wieder herstellen Ach, den müssen wir wahrscheinlich gleich aktivieren, ne Hier ist ein Lüftungsschacht Ich kletter mal kurz rein Sehr viel Action am Anfang der Folge Und jetzt wird es so ein bisschen ruhiger Schade Kein Loot drin Ich muss gleich nochmal gucken Wegen Bauen Ach, werden hier die Androiden Oh, irgendwie süß Wie der da so rausguckt Hallo Ähm Hier werden die Androiden also aufbewahrt Interessant 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 Allerdings fehlen einige Sollte man sich da Sorgen machen Und da hinten liegt schon wieder eine Leiche Alter Und wir können speichern Ich speichern mal eben kurz So Eine Ausweiskarte Hey Und hast du Lüftung für mich dabei? Nein, leider nicht Was ist das? Ah, eine Verbesserung Wofür? Können wir uns damit vielleicht Oh, guck mal Was ist das? Revolvermunition Ich habe bis jetzt noch Keine von diesen Gegenständen benutzt Muss ich ganz ehrlich sagen Oder habe ich schon was benutzt? Ich habe höchstens mal Eine Leuchtwackel am Anfang benutzt Aber das war ja auch eher Naja Wir haben eine Rauchgranate gebastelt Ein Geräuschmacher wäre eigentlich nicht schlecht Komm, machen wir einfach mal Wenn es mal hart auf hart kommt Dann haben wir es wenigstens Molotow Weiß ich nicht Rohrbombe wäre eigentlich ganz cool Medikit Haben wir noch eins Elektroschocker Revolver Müsste ich eigentlich echt mal Ein bisschen mehr benutzen Komm, wir machen noch Ein Geräuschmacher Mal gucken, wie lange ich es schaffe Im Albtraummodus Ohne irgendwelche Hilfsmittel Hier durchzukommen Weil du brauchst sie eigentlich Noch nicht mal, glaube ich Das sind ja eben halt Hilfsmittel in diesem Fall Wirklich wortwörtlich Hilfsmittel Also du kannst das Spiel Glaube ich auch ohne durchspielen Bin ich mir ziemlich sicher Und bis jetzt Funktioniert das ja eigentlich ganz gut Und so gesehen Ist es eigentlich sogar auch Die sicherste Methode Das Spiel zu spielen Weil du eben halt Keinen Krach damit verursachst So Hier nochmal kurz speichern Sicher ist sicher Wisst ihr ja Nein Oh jetzt hab ich Jetzt hab ich hier kurz so Mal kurz auf meine Notizen geguckt Hab ich aus Versehen auf Nein gedrückt So Ja will ich natürlich Ja Ich will Was ist das? So ein Schaltplan Oder was ist das? Sicherheitszugangsgenerator Achso Dafür brauchten wir wahrscheinlich Die Erweiterung Achso Dann ist ja gut Dass ich eben schon mal Dort hinten hingeguckt hab Äh Die Tür gerade hinter uns Soll ich mir Sorgen machen? Code akzeptiert Warum geht die Tür Die ganze Zeit auf und zu? Geht's noch lauter? Da können wir Was? Wir können den jetzt aktivieren Oder was? Was bringt uns das denn? Was bringt uns das? Das ist jetzt natürlich die Frage Oh Nein Da ist Gas dran Da ist Gas dran Da können wir glaube ich Nicht reingehen Ich glaube das war im Spiel so gewesen Wir bekommen später nochmal Eine Gasmaske Und man kann Man kann sich ja In bestimmten Teilen In bestimmten Abschnitten des Spiels Kannst du dich ja frei Hier im Schiff bewegen Äh im Schiff In der Station bewegen Was ich eigentlich ganz cool finde Also du kannst wirklich Wenn du in den Transitstationen Unterwegs bist Kannst du wirklich überall hingehen Wo du willst Überall nochmal durchlooten Alles nochmal durchschauen Das könnte man eigentlich Mal im Livestream machen Rein theoretisch Auf Terminal zugreifen Das wollte ich sowieso schon immer Eigentlich mal in dem Spiel machen Und wieder ein Audiolog Smythe Spedding hier Sie wussten ganz genau Dass das die letzten Kaufinteressenten Für Sevastopols Apollo System waren Und sie haben die Androiden Vorführung Total vermasselt Sie haben kein Interesse Also kann ich meinen Bonus vergessen Sie ihren 50%igen Anteil Und ich will gar nicht wissen Was es für die Schlipsträger oben bedeutet Das hat mich angekotzt Aber wissen Sie was mich noch mehr ankotzt Ich darf auf Sevastopol bleiben Um die Androiden Stilllegung zu beaufsichtigen Und sie können heimgehen Hoffentlich haben sie keine Albträume Auf der Rückreise Sie Idiot Du ich glaube Er hatte wahrscheinlich die Albträume gehabt Und der andere der hierbleiben durfte Der durfte wahrscheinlich diese Albträume miterleben Ich glaube der ist inzwischen wahrscheinlich schon tot Was ist das hier? Spreng Was stand da? Was stand da? Ich habe keine Ahnung Sprengkapselkabel Irgendwie sowas Sprengkapselkabel Witziges Wort Gibt es das überhaupt? Weiß ich nicht So Was ist denn hier? Ha Oh Ja 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 Das siehst du schon Ich wollte da gerade direkt wieder reingehen Ich habe vergessen Dass da Gas dran war Pass mal auf Ich nehme mal kurz ein Medikit Ja Das zieht durch Alter Das haut richtig rein Das Zeug Ach können wir kein neues basteln Mist Blöd So Wir müssen immer noch irgendwie ins Lager kommen Irgendwie müssen wir ins Lager gelangen Was macht eigentlich die Aufnahme? Schlüsselkarte benötigt Müssen wir jetzt den Androiden aktivieren oder was? Vielleicht kann der uns da ja irgendwie reinbringen Weiß ich nicht Das kann ja sein Aber ich würde sagen Das machen wir dann in der nächsten Folge Ich verabschiede mich erstmal wieder Wie immer dürft ihr natürlich das Video mit Däumchen Und Däumchen nach unten Bewerten würde ich mich auf jeden Fall sehr darüber freuen Ja wir sehen uns dann beim nächsten Mal Bis dahin Euer Tobi Tschüss